Ab jetzt. Ja, und Ziel ist Spektakel Island. Hallo Hallöchen, ein förmiges Gebilde, das so groß wie die Insel breit ist. Ja, wir schauen mal hier. Okay. Okay. Ich denke, es lohnt sich das zu bauen, was auch immer es ist. Wunderbar, so. Schon wieder da ist. Und schon wieder schlafen. So. Wunderbar. Jetzt gehen wir da rüber. Hoffentlich hat euch das letzte Lied gefallen. Also, dieser Radiosender hier. Wir haben keine echten Einnahmen und es gibt da Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben. Leute wie die, warum schmutziges, radioaktives Wasser trinken. Wenn man es rein und in Flaschen haben kann, schenken wir wohl die Clean Water Market, frisch aus dem Filter. Kennt ihr, kennt ihr jemanden, der spielsüchtig ist? Hey! Nimm die Waffe! Mach ich! Hey! Mach ich! Hier stimmt was nicht! Hol die Waffe! Wir sollten von hier verschwinden! Nimm die Waffe! Mach ich! Schnapp's dir! Mach ich! Schnapp's dir! Kannst du mit... Was du auch immer ballern willst. Renn nur nicht raus! Ah ja, sieh! Leg das an mir! Oder das war's einfach zu lang! Das Ding ist nicht explodiert, aber ich triff's. Dann wollen wir mal oben anstellen. 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 So, wer ist das? Dann wollen wir mal oben anstellen. 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 Das Ding hat echt eine ganz andere Wirkung, wenn man es um zwei Uhr macht. So, ja. So, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. 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 So, Vielen Dank. ...